Guten Tag, willkommen zum Video heute. Willkommen alle zum Aufm Bildschirm, was soll ich aufm Bildschirm sehen? Wir willkommen alle, herzlich begrüßen zu euren Video heute. Heute fahren wir auf, ja, ja, achso, muss ich so machen. So, wir fahren heute aufm Bildschirm sehen, wir sehen, wir fahren heute andere Lok, wir fahren die E10-43 von DB mit N-Wagen, hier mit N-Wagen, mit einem, ja, mit einem Castro-Kopf, hier mit Castro-Kopf-Steuerwagen und hier mit dem Lok dazu. Aber wir fahren heute mit Lok, also, wir steigen ein, fackel nicht drum rum. Wir machen erstmal steigen einfach ein und ich würde euch einfach vorstellen zu sagen, ja, steigen reinsteppen und wir sehen ja, und, ja, alles super ist so, ne. Dann gibt's erstmal, äh, was machen wir da erstmal? Erstmal gucken wir ein bisschen um, ne. Was gibt da jetzt eine Tasche, dann gibt's hier, äh, Bremsen, also gibt's Türen, machen wir gleich, wenn der Strom zu Strom versorgt wird, dann gibt's das Rad, das da, das da, das kann ich jetzt nicht machen, weil der Strom noch nicht an ist. Dann kann man hier, ähm, Scheibenwäsche machen, die Schirrwäsche einsteuern, ja, und jetzt zeige ich euch, das Ding besitzt auch eine VR-Steuerung, ne. Also, ich schalte mal die Batterie aus, Gesundheit, so. Wir machen erstmal, äh, ja, die Tür auf. So, wie krieg ich das jetzt erstmal? Shift-Ö, ne. Shift und Ö. Oh, 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 ja. Oh, 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 oh. War mein Liebing-Sound, komm wieder. Mein Liebing-Sound, alter Zeit, nega. Äh, äh. panto gehoben und ich besitze auch scheren strom wie man hier scheren geil cool so was schildern wir an wittenberger schildern wir an wittenberger wir machen einfach mal beispiel bach hamburg altenau sie ob jetzt wieder anschalten haben uns gelöst und das war es auch schon wir sind ja schon fertig ist noch den hier machen so 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 Dieses Zug besitzt ein Schaltgetriebe, also hat ein Rad. Das ist eine schnelle Schaltgewelle. Das ist eine schnelle Schaltgewelle. Das ist eine schnelle Schaltgewelle. los geht's ne dann geht's los noch mal leise das ist auch so eine falle oder so 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 warum leck der so eine scheiße hier das ist scheiße am download liegt sie hier dran so leise machen hier das ist laut sonst trägt die ohren weg so 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 nein ich bin cool geil also wir fahren bis zu kauf oder so mal schauen weiter mal stehen gehen die 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 Geht mir's hin, Jörg. Ah. Also, sieh dir diesen Jungen an. Das muss einer mir nachmachen, das muss einer mir nachmachen, wie ich das weiß, da muss einer nachmachen. Oh, das muss einer nachmachen. Ja, das muss einer nachmachen hier. Ja, ist ein Donut offen, also das ist es. Ja. 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 10 den schiff die drücken abfahren wissentlich nahe an Scheiße! Dann fahren wir los, ne? Achso. Ja, so geht das. Und ja. Was macht ihr heute auch so? Ach, da kann man nichts verändern. Okay. Was abmachen, dass man Zug klauen sollt? Was aber fragen? Schau mal diesen Video an. Nee. Er schafft das, der bringt das mit. Mein Gott. Download. Anhalten. So. Habe ich einen Download gestartet? So. Jetzt gucke ich mal. Äh. Moment. Transen. 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 Transen braucht wieder einen Speicherfarben. Also ich fahre nur bis Flughafen. Flughafen. Also wir fahren nicht bis Flughafen. Mal schauen. Ob ich ja mit Flughafen, äh, da mal schauen. 1956 Meinen Fresse. das er doch der dann alles der scheiße ja ja alles er macht meine güte immer download das ist einmal dran sind der da der mit seinen downloads hat er hat nicht genug ab der zettel über den wettbewerb ist auch sehr gemütlich einfach breit hinlegen oder sogar für sich in wohnzimmer sagt er hallo was bist du für ein scheiß hier leute der download ist hier scheiße hier meine güte der download sind jetzt bei leitung ab hier reicht es auch hier mit downloaden meine fresse also ein video versäumt kann auch nichts dafür händeln und so sagen da kann ich jetzt darauf machen dann können wir auf die weise würde die kohl mein kauf beratung ist das geilste kauf aber vorher dieser zug besitzt hier müsste ja die neue lockt mit getiefert also da muss ich mal schauen ob ob die lokale wagen habt oder sowas weil die wagen nicht mitgegeben wieder trinkt nur die lok glaube ich habe sondern so gut zu verband erstellt ein wagen das sind die enden wagen das sind die enden wagen so moment dass das waren für experten steigen kurz aus ja hamburg alte noch mehr stimmt aber so allgemein aber das ist er hat recht froh machen erst mal so dann zu besitzt ja 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 So, da fährt er. 40 fps am aktuell, ja, es schwankt immer so. Dann fahr mal Wissensstandards geben, ja, Wissensgas geben können wir. So, da fährt er. So, da fährt er. Ja, ich bin ein bisschen ruhig, dann können wir den Sound genießen. Hmm. 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 Kaffee Ja, wir fahren heute mal durch. Ja, dann habe ich gesagt, dieses Video zu machen, weil, äh, das Eicke war jetzt ein spannendes Video, ein bisschen Abwechslung, gibt es hier ein bisschen die Zug, heutzutage aus, was meine Abwechslung. Na, bremst doch, Mann! Ja, Bremseprobe, ey, wa? Meine Güte, meine Güte, ja. Ach, könnte die Zusatzheizung aktivieren. Allgemein, ich stehe das auf 10, 70, weil das Eichter, das Eichter, vielleicht fahren wir auch mal irgendwo mal, äh. Ja. Ich wege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 runter soll ich so viel also ja wir fahren bis neues flughafen und dann noch mal beenden wie das ganze das video aber dass die zug könnte kaufen also ich bin glücklich also wenn er mal ein schönes produkt haben bei ihr kann hier mal ein foto machen für dieses video kann ich auch mal machen und wir haben natürlich auch die zeit immer heute fährt er nicht so um heute aber ist ja noch ja fährt er nicht mal so rum trettschutzer dankeschön wir müssen anhalten scheiße jetzt direkt im video kommt rein schütze ab 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 Scheiße, Treffzöcher rausgefogen. Und jetzt muss ich erwarten, bis der Trendschützer wieder fertig ist. Warum? Warum? Ich habe gedacht, ich habe es schon ausgedacht. Ich habe gedacht, dass Glick-Lock-Off-Lock ich heute. Und dann geht Trendschützer. Oh Gott. Dann blinks auch. Was bedeutet das? Blinke-Signal. Das heißt Lambda-Wart. Das heißt, mein Gott. die bühne dankeschön kann es nicht verfolgen jetzt und dann hört er einfach dieses schaltwerk dass das schaltwerk was man hört hier drin ist das schaltwerk man sieht das gar nicht das heißt wenn ich mehr schalten tue dann keine jetzt erwacht ja heute pflicht und pannen heute pflicht und pannen schenke ich meine netten berger rein weil ich gleich da bin ok egal lassen einfach so wie es so ist es gibt gar nicht einsteigen wenn ich durchgefahren bin welches der ding auf rot und ich drücken auf die letzte und natürlich bild und ab das ist hier bild und ab das ist hier bild und ab das ist die pcb und natürlich hier wird sie veräßt das mit gut ich 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 es ich 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 es 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 ab ist das mit ab ist das hier dann sagt die pcb hier oben 1000 herzmagneten aktiv das heißt wir bis zum koncher Kaffee Kupfer Egal, ist mir auch egal, heute ist mir auch egal, so, das heißt, äh, ja, äh, wir haben auch mit 60 FPS gezockt, das heißt zum Beispiel mit Voll-HD, ich würde sagen, verabschiede mich, ich sage jetzt hier, ja, viel Spaß und dann sage ich mal, achso, die, was wir gefahren sind, die sind, die haben gefahren vom V-Veto-Rails mit der i10 Exportline, so, sage ich mal, wiedersehen und tschüss, tschüss.